Du hast es auch satt, immer die ganzen Cheats einzugeben? Dann habe ich hier die Lösung. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Commuter und ein MC Command Center. Im MC Command Center geht ihr dann auf den ersten Reiter, den MCCC, Einstellungen. Danach auf Mitteilung, Konsole, Menüeinstellung und danach auf Einstellungen, Konsolenbefehle. Und hier könnt ihr jetzt die ganzen Cheats fixieren. Wenn ihr auf Bau, Kauf, Einstellungen geht, könnt ihr alle Cheats zum Bauen fixieren. Wie zum Beispiel den Show Hidden Objects oder den wichtigsten BB Move Objects und noch viele mehr. Wenn wir wieder zurückgehen, können wir noch ganz viele andere Sachen einstellen. Aber einer der wichtigsten ist noch der Cast.Full Edit Mode. Wenn ihr diesen Cheat aktiviert, dann könnt ihr euren Sim nachträglich nochmal so bearbeiten, wie im Erstelle einen Sim. Das heißt, ihr könnt das Körpergewicht, die Sportlichkeit einstellen und ihr könnt das bestreben und die Merkmale neu wählen. Falls euch dieses Video geholfen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.